Ich stelle für RheinKickTV meine Traumelf zusammen. Einmal Pascal Königs, jetzt von Hilal Marok Bergheim. Absolut geiler Torhüter, auch total gestört im Kopf. Meine geile linke Seite mit den Zwillingen, am Glas sehr stark, aber leider auch auf dem Platz. Innenverteidigung Cem Dörter, Michael Meier, Michael Meier mit 4 Promille kann der Mann noch jeden Kopfball aus der Luft abfangen. Cem Dörter mit seinen 41 Jahren, absolute Pferdelunge, also echt top. Tunjay Önnerl von Hilal Marok Bergheim, sehr starker Rechtsverteidiger, sehr erfahren schon für sein Alter. Meine geile Doppelsex mit Sascha Stolt und Niko Dimowski, Knochenbrecher hoch 9, die beiden. Absolut geil. Dann Kiki Poenza von Wesseling-Urfeld, für mich einer der stärksten Flügelspieler hier im Rhein-Erft-Kreis. Tugay Düsetten, der beste Zehner, den ich jemals gesehen habe im Amateurbereich. Sehr, sehr guter Freund von mir. Schöne Zeiten bei Fortuna und bei Viktoria gehabt. Ja, mit diesen Jungs würde ich natürlich selber gerne im Sturm spielen, weil die absolut geil sind, charakterstark und mit dieser Mannschaft würden wir echt jeden wegklatschen. Also absolut geil und das war meine Traumelf für Rhein-Kick-TV.